Musik Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal DrangmanLP, ich bin Gamer Oder wir sind Gamer, ich weiß es genau nicht Ich bin froh, dass mein YouTube-Kanal doch nicht gesperrt wurde Ich habe gedacht, mein YouTube-Kanal wurde gesperrt, weil ich ein Video hochgeladen habe, dass es noch nicht hochgeladen werden soll Aber ist doch nicht passiert, um genau zu sagen, ich habe es doch noch nicht hochgeladen Deswegen habe ich doch meinen Kanal noch behalten können Juhu Naja, ich schlafe nicht so viel rum, sondern wir gehen uns gleich zur vierten Nacht Und hoffen, dass wir die vierte Nacht auch nochmal schaffen Hallo, hallo, hallo Uh, es ist eine kleine Veränderung der Unternehmen zur Veränderung über die Sport in den Souten Um, nicht Nach dem Erinnerung von ein einfacher Veränderung in der Sitzung Infolging in mehrere und mehrere Sprenglosser Verlusten Die Unternehmen sind in den Sitzung temporarily unabhängig für die Arbeit Die Safety ist auf der Priorität in Freddy Fazbear's Pizza Ach, hier sind die Codes. Okay, muss ich mir merken. Muss ich mir merken? Tschüss. So, er ist fertig. Ich muss mir merken, dass da die Konsole ist. Ups, das war knapp. Ach, da ist er. Nein! What the... Alter, ist das der Puppet? Alter, verpiss dich! Was war denn jetzt? Verzieh, du Backfisch! Alter, da ist eine Lüftungsschächte. Geh weg! Ja, okay, ich bin tot. Das brauche ich gar nicht mehr zu versuchen. Okay, macht euch schon mal bereit. Der Jumpscare wird jetzt gleich kommen, wenn das Ding fertig ist. Sieht aus, ich sehe gar nichts mehr. Ja, er ist schon in der Lüftungsschacht. Das können wir gleich vergessen. Ich bin total orientierungslos. Ich weiß nicht, wo er ist. Der ist wahrscheinlich... Obwohl, 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 obwohl. Der war hier oben. Also muss er irgendwo jetzt hier sein? Oder da? Oder hier vielleicht? Hallo? Ach, scheiße. Du wurdest gerade gerufen, du Backfisch. Ja, okay, komm. Scheiß drauf. Ja, komm. Hi. Ja. So, da sind wir wieder. Wir haben kurz einen kleinen Cut gemacht. Kurz mal Wut rausgelassen, wegen dem Backfisch. Der startet ja mal oben. Dann muss er doch hier oben sein. Ähm, ja. Ähm, ich werde vielleicht noch ein Let's Play ankündigen. Und zwar, ähm, Prison Architect werde ich vielleicht noch ankündigen. Also, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich muss es noch über mir überlegen. Aber ihr könnt ja mal was in die Kommentare schreiben, was... Was sie davon hält, von der Idee. Also, von Prison Architect. Und ein Prison Architect war mein, ähm, Lieblingsgame. Ach, da ist er sogar auch. Ich muss bloß aufpassen, dass er nicht dahinter geht. Weil der Lufthnussach führt sofort zu mir. Ähm, ähm, ich hab Prison Architect eigentlich schon früher sehr gerne gespielt. Wer Prison Architect nicht kennt, dann erklärt es kurz. Hi, ähm, Phantom Freddy. Ähm, ähm, Prison Architect ist halt, wie der Name sagt, ähm, also Gefängnis... Gefängnisarchitekt. Man muss halt sein eigenes Gefängnis aufbauen. Man, ähm, muss halt dafür sorgen, dass alles glatt läuft. Ähm, wie zum Beispiel, äh, Zellen. Was zu essen, was zu essen, Freiraum. Willst du mich verarschen? Ähm, ja, und... Die, natürlich versuchen die Prisoner natürlich... Also, manche hauen versuchen abzuhauen, manche hauen nicht ab. Ich werde es noch überlegen mit diesem Let's Play. Es ist halt, wie gesagt, nur eine Idee. Ihr könnt ja, ihr könnt ja mal zuschreiben, wie ihr... Und diese Idee... Fick dich. Begeistert seid. Das ist so total unfair, wenn die Kamera ausgeht. Wo ist der? Ich krieg Panik. Hi. Sicher ist sicher. Er läuft hier irgendwo. Hi. Ähm, ja. Ich... Alter, ich bin total orientiert. Ich weiß nicht, wo der Backfisch ist. Oh! Puh! Höchstens weit von mir entfernt. Ähm. Was soll ich eigentlich sonst was sagen? Ähm, ja. Ich werde doch das Spiel in das gute Ende noch führen. Weil ich weiß nicht mehr, wenn man das gute und das, ähm, das böse Ende kriegt. Das böse Ende ist eigentlich ganz einfach. Man muss das Spiel einfach, ähm, durchspielen. Oh no. Oh. Bitte, 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 bitte. Ach, fick dich. Okay, ich mach hier kurz eine kleine Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich hab vergessen, ähm, aufzunehmen. Aber wir sind dort, äh, wir sind schon immer noch am Anfang. Fick dich. Na, komm. Vor allem ja, in welchem Laden wir eigentlich hier sind. So, Springtrap ist immer ganz oben. Der ist eigentlich immer, immer oben. Ich weiß nicht, was er oben macht. Abschauen, nein, nein, nicht bitte. Auf sich hab ich jetzt keinen Bock. Nein, nein, scheiße. Hallo, Puppet. Verzieh dich, du Backfisch. Danke. Ja, ja, ja. Seh ich nichts mehr, das ist doch wohl ein Witz. Ach, der ist immer noch da oben. Oh, Gott. Kurz schauen, ob der immer noch da oben ist. Hi. Hm? Hm? Hab's eigentlich erwarten, dass da jetzt, äh, Chicky jetzt auftragt. Aber macht er doch nicht. Fick dich. Nein! What the fucking hell? Boah, zum Glück ist, ähm, ist Freddy auch noch nicht aufgetaucht. Beruhig dich. Alles ist gut. Wir schaffen die Nacht. Hoffentlich. Nein, 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 nein. Oh. Da ist der Backfisch. Geh's mal schön da hin. Wo ist die Hure? Sicher, sicher. Ich hab ihn in der Wand gehört. Hey! Was war das? Da ist doch keiner mehr in den Speed-Kloppen-Fick dich. Oh, Gott. Ich fick... ben... Wuhhh! Alter. Alter, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Alter. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part von Five Nets und Freddy's 4. Ich mein, in Five Nets und Freddy's 3. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschöö.